Weil wir uns emotional so heftig gebunden haben dann, dass wir ohne die Frau nicht mehr können. Aber die Frau, die sich von dir trennt, sie sagt heute zu dir, es geht nicht mehr, aber sie hat sich schon im Kopf von dir vor Monaten getrennt gefühlt. Das große Problem ist halt einfach, dass wir in einer Zeit leben, wo sowohl Mann als auch Frau extremst schnell ausgetauscht werden kann. Wo bei jeder Kleinigkeit die Partnerin oder der Partner wegläuft und die Bedeutung von wahrer Liebe immer mehr an Bedeutung verliert. Das größte Gut war vor langer Zeit, aber auch noch in meiner Jugendzeit, das was man von den Eltern mit auf den Weg bekommen hat, von den Großeltern und was gesellschaftlich auch vollkommen anerkannt war und schön war. Das größte Gut war, jemanden kennenzulernen und sich mit dem eine Zukunft aufzubauen und durch jede Lebenslage zu gehen, egal was kommt. Klar, wenn der Partner dich betrügt, dann trennt man sich, aber Probleme waren da, um sie als Partner gemeinsam zu lösen. Und heute sind Probleme da, um sie als billige Ausrede zu nehmen, sich zu trennen, weil man sich einfach denkt, oh ich bin noch zu jung, ich muss mir noch die Hörner abstoßen. Aber Integral von Arten책 kann man das So tours prepackern sein. Die Zeit für die Zeit auch dass sie für 1% bis 1 nirốcj yielden Fam atravies wird. Sollten eben, wird bitte einen Schell malent節目. Also sollte es keine Zeit sein, wie Sie in der Zeit. Vielen Dank.